Sie werden gelobt für Ihren acht so attraktiven, tollen Fußball. Erste Liga, Zweite Liga. Dienstagabend werden wir es dann ganz genau wissen. Es war großartig, ich habe schönen Fußball gesehen. Es gab natürlich auch Sport außer Fußball. Da brauche ich nur einen raus. Also ich möchte nur einen Ausbund der Effektivität im deutschen Profifußball erwähnen. Das ist der 1. FC Köln. Alles Dinge, die wir für unser Spiel brauchen, das kann man auch im hohen Alter noch lernen. Das ist der 1. FC Köln.